Wunderschönen Tag, herzlich willkommen hier am meinem Kanal. Wir kommen zum Adventkalender zu weiteren Dächtern und machen hier mal die Türentürchen Nr. 22. Anzubauen. Ist das Weihnachten schon geplant? Bei mir ist das schon ein bisschen geplant, aber es fehlen immer noch ein paar Dinge. Ja, und der Countdown ist 2 Tage, 2 Stunden, 38 Minuten und 25 Sekunden. Damit gehen wir auch zum nächsten Adventkalender. Wir kommen zum zweiten Adventkalender für heute, die Nr. 22. Wir haben im Adventkalender ein kleines Spiel und damit den Ding, die ich zum nächsten Adventkalender. Willkommen jetzt zum nächsten Adventkalender. Willkommen jetzt zum nächsten Adventkalender. Und, ja, bitte mal sagen, schauen wir da einfach mal freines Wachsachsach und heute, so bitte nicht. Ja, das ist hier die Wartierchen und wir machen da einfach was drauf. Heute haben wir eine Kinder-Riedel mal wieder und damit werde ich auch wieder sehen an meinem Kanal. Aber, ja, mit der Verloten, ja, ich stelle insgesamt 4 Atmetallen vor. So, 6 mal 2 und dann minus 1, was er liebt ist. Und das ist eure Aufgabe, einfach einen Kommentar schreiben und ihr ihn schon teilt. Okay, danke, dass ihr zahlreichst immer wieder Kommentare, Abos hinterlegt und würde damit einfach sagen, bis bald hier auf meinem Kanal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.